Nach Schüssen auf vier Personen in Hagen und einer Großfahndung ist ein 34-jähriger tatverdächtiger Mann gefasst worden. Der mutmaßliche Täter sei am frühen gestrigen Nachmittag nach Zeugenhinweisen südlich von Hagen festgenommen worden, das sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Der Tatverdächtige soll zuerst seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durch einen Kopfschuss schwer verletzt haben. Anschließend sei der 34-jährige türkische Staatsangehörige mit einem Auto zu einem Friseursalon in Alpe gefahren und habe dort auf drei weitere Personen geschossen. Nach ersten Erkenntnissen liegen die Hintergründe der Tat im familiären Bereich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017